Und kommen wir hier zu den Detroit Lions, die letztes Jahr ein bisschen über Wert gespielt haben. Bis zum letzten Spieltag hat man sich da um die Division-Krone mit den Green Bay Packers gestritten und dann erst am letzten Spieltag gegen einen überragend spielenden Aaron Rodgers verloren. Doch auch hier ist die große Frage für die Detroit Lions, wie stärkt man das Running Game in der nächsten Saison. Letztes Jahr waren die Detroit Lions nur das 30. beste Team, also das drittschlechteste in der NFL, wenn es um Rushing Yards ging. Nur 81,9 Yards pro Spiel. 2015 war man sogar noch das schlechteste Team in der Liga mit 83,4 Yards. Fürs Fantasy Football ist das natürlich mega geil. Matthew Stafford wirft dem Ball unfassbar viel, so wenig, wie die Detroit Lions hier laufen. Man muss allerdings dazu auch sagen, die Detroit Lions hatten letztes Jahr einiges an Verletzungspech. Amir Abdullah, der nominelle Nummer 1 Running Back der Detroit Lions, war 14 Spiele verletzt. Theoretic war immer wieder mal angeschlagen. Trotzdem ist das natürlich eine Baustelle, die Bob Quinn, der General Manager der Detroit Lions, am wichtigsten oder am ehesten angehen muss für das nächste Jahr. Klar gibt es auch ein paar Baustellen auf der Defensive Seite. Allerdings ein gutes Running Game würde die Detroit Lions ordentlich nach vorne bringen. Und da warten sie schon sehr, sehr lange drauf. Gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie die Detroit Lions oder Bob Quinn das Ganze angehen kann. Zum einen, er vertraut dem aktuellen Kader. Wenn Amir Abdullah fit ist, kann er eine Maschine sein. Das hat er mehrfach im College auch bewiesen. Zach Zenner, der am Ende der Running Back der Detroit Lions war, hat richtig gute Spiele hingelegt. Und war da nochmal so ein Spark in der Offense der Detroit Lions. Theoretic, normalerweise nur Pass, Catching, Back, kann aber auch für einen Push sorgen. Und vielleicht mit einem Zach Zenner oder mit einem Amir Abdullah zusammen, gar nicht so schlecht. Und auch wenn Washington dort fit ist am Ende und besser wird im zweiten Jahr, könnte das die Detroit Lions ordentlich nach vorne pushen. Und Washington war nur ein Seventh-Round-Pick und hat aber dieses Jahr einiges an Up-and-Downs gehabt, aber halt auch ein paar Lichtblicke gehabt. Und wie gesagt, ist noch sehr, sehr jung, hat die Größe, hat die Fähigkeiten, als Workhorse zu agieren. Vielleicht haben sie da einen Stil gelandet. Sieht bisher nicht so aus, allerdings kann sich das natürlich im nächsten Jahr nochmal ändern. Zweite Möglichkeit ist natürlich, durch den Draft das Ganze zu ergänzen. Müsste man allerdings wahrscheinlich einen hohen Pick für Opfern. Also wir reden hier von der ersten oder zweiten Runde. In Frage käme da zum Beispiel Jamal Williams, BYU All-Time Rushing Leader. Den könnte man durchaus in der zweiten Runde bekommen, derzeit als Third-Round-Pick gehandelt oder auch Perrin aus Oklahoma kann man bekommen oder sogar Barry Sanders' Sohn. Barry Sanders, die absolute Running-Back-Legende bei den Detroit Lions. Sein Sohn hat jetzt seine Karriere bei Oklahoma beendet, geht in den NFL-Draft, derzeit aber eher so ein Seventh-Round-Pick oder undrafted. Aber vielleicht denken die Detroit Lions sich, mit Barry Sanders, und der Sohn heißt auch Barry, hat es schon einmal sehr gut geklappt in Detroit, warum nicht nochmal versuchen und dem Jungen eine Chance geben. Viele Fans bei den Detroit Lions, wenn man sich da mal in den Foren umhört oder auch mal auf den sozialen Medien, sind dort absolut von der Idee begeistert, wieder einen Barry Sanders im Kader der Detroit Lions zu haben. Und es wäre natürlich eine unfassbare Geschichte, wenn ein weiterer Barry Sanders eine großartige Karriere in Detroit anstrebt. Und bei den Backfield Boys gehen wir ja eh davon aus, dass die NFL relativ scripted ist. Deswegen würde es vielleicht sogar Sinn machen, dass die Detroit Lions beim Draft dieses Jahr sich Barry Sanders angeln. Kurze Anekdote zu Barry Sanders. Barry Sanders haben Pitch und ich schon persönlich getroffen in London bei einem der London Games, Kansas City Chiefs, Spiel damals gegen Detroit, waren wir in London vor Ort. Und vor dem Spiel gibt es immer so ein Fanfest und da gab es auch eine Sehenswürdigkeit oder ein Booth, wo man ein Foto mit einer Legende machen konnte. Als wir uns angestellt haben, war irgendwer, den wir nicht kannten, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wer da gerade zum Foto bereit stand. Auf jeden Fall, die Schlange ging dann allerdings um dieses Booth halt rum. Also zwischenzeitlich konnte man nicht sehen, ob noch die gleiche Person dort anwesend ist. Und ich habe einfach aus Spaß zu Pitch gesagt, mega geil wäre, wenn jetzt Barry Sanders kommt. Und dann gehen wir um die Ecke rum und tatsächlich Barry Sanders. Und wir haben alle ein Foto mit Barry Sanders, stellen wir gerne die Tage mal online auf Instagram und auf Facebook, unsere Fotos mit Barry Sanders. Man hat sogar noch so einen kurzen Dialog mit Barry Sanders geführt, beziehungsweise war er ja ein Monolog, er hat relativ wenig geredet. Vielleicht hat er mich auch einfach nur nicht verstanden. Ich hatte ihn halt darum gebeten, so ein bisschen, er sollte was einsprechen in die Kamera. Wollte er sogar machen, allerdings kam dann sein Agent und hat gesagt, nein, nein, keine Videos, keine Videos. Barry Sanders hat sich dann kurz entschuldigt. Wäre natürlich mega gewesen, so ein richtig schönes Sprachvideo mit Barry Sanders zu haben, für alle Ewigkeiten in den sozialen Netzwerken dann zu teilen. Aber wir haben zumindest ein schönes Foto und dieses Foto werden wir euch sicherlich die Tage mal auf Instagram und auf Facebook teilen. Vielleicht sogar bei Google+. Barry Sanders, cooler Typ und wie gesagt, der Sohn, möglicherweise die Lösung für die Detroit Lions. Dritte Möglichkeit ist natürlich die Free Agency. Am 9.3. öffnet die neue Saison der NFL. Speichert euch diesen Termin. Der 9.3. Megatermin in der NFL. Immer, da ist unfassbar viel los. NFL Network auch mit durchgehender Sondersendung, weil sich so viel tut, so viele Spieler wechseln die Vereine, so viele neue Verträge werden unterschrieben und das ist immer ein Highlight für mich persönlich und sollte für euch auch ein Highlight sein. Am 9.3. durchgehend NFL Network gucken und euch da berieseln lassen, was da auf dem Free Agency Markt geht. Ein Name, der da immer wieder fällt mit den Detroit Lions ist Latavius Murray. Der ist noch bei den Oakland Raiders unter Vertrag. Möglicherweise bleibt er auch in Oakland, kann aber auch sein, dass er keinen neuen Vertrag bekommt und dann wäre der natürlich eine absolut gute Nummer für die Detroit Lions. 6'3 groß, 230 Pounds schwer, macht im Schnitt 4 Yards pro Carry, hat im letzten Jahr glaube ich 12 Touchdowns gemacht und wäre natürlich eine optimale Ergänzung zu Matthew Stafford und seinen Pässen da nochmal so ein Back zu haben, so ein Powerback in Form von Latavius Murray. Ein anderer Powerback, der auch möglicherweise auf dem Free Agency Markt landen wird, ist Eddie Lacy von den Green Bay Packers. Dort den Green Bay Packers deren Powerback wegzustehlen, wäre auch eine richtig große Aktion der Detroit Lions. Vielleicht lernt ihr auch Eddie Lacy bei den Detroit Lions, derzeit nicht davon auszugehen, aber wenn die Packers den Vertrag nicht verlängern mit Eddie Lacy, warum nicht? Detroit Lions suchen so einen Powerback, Eddie Lacy kann dieser Powerback genau sein. Meine persönliche Meinung ist, holt euch Barry Sanders, ne ganz im Ernst, meine Meinung ist, man sollte mit dem bestehenden Running Back Core arbeiten. Amir Abdullah hat man noch nicht wirklich gesehen, was er auf dem NFL Level leisten kann. 2015 in der zweiten Runde gedraftet und seitdem sehr, sehr viel verletzt gewesen, wie gesagt, letztes Jahr 14 Spiele sogar ausgefallen, hat in den beiden letzten College Jahren jeweils über 1600 Yards Rushing hingelegt, immer über 6 Yards per Carry gewesen und insgesamt hatte er 46 Touchdowns in seiner College Karriere. Also der Junge kann was und wurde nicht zu Unrecht in der zweiten Runde von den Detroit Lions genommen und dem sollte man, wenn er denn fit ist, mal die Chance geben, sich wirklich über eine ganze Saison lang zu beweisen. Zudem ist die ganze Offensive der Detroit Lions aufs Passspiel ausgerechnet. Du hast mit Matthew Stafford dort jemanden, der unglaublich gerne passt, sollte jeder Quarterback machen. Matthew Stafford ist aber einer dieser Ganslinger, einer dieser Typen wie Aaron Rodgers und dergleichen, der halt auch ruhig mal 40, 45 Mal im Spiel passen kann. Und vor allem die Detroit Lions Offense agiert sehr viel über kurze Pässe. Du hast da Golden Tate, der immer wieder Slant Routes läuft. Du hast Passing Backs, die sehr viel mit involviert werden. Allgemein, das Spiel der Detroit Lions ist auf viele kurze Pässe ausgelegt und dann immer mal wieder eine Bombe zwischendrin von Matthew Stafford. Daher brauchst du vielleicht diesen Powerback gar nicht. Wie gesagt, letztes Jahr sind die Detroit Lions auch gut damit gefahren, haben bis zum Ende um den Division Titel mitgespielt und haben auch die Playoffs erreicht, ohne diesen Powerback zu haben. Und wie gesagt, Ami Abdullah angucken ist unsere oder meine persönliche Meinung für die Detroit Lions in dieser Offseason. Offseason Offseason